Hallo meine lieben Freunde und ein ganzes Willkommen zu einer weiteren Folge von Hey Monster oder Monster Park auch genannt. Ja, in der letzten Folge haben wir ja einige Sachen hier eingekauft und ja, haben ein paar neue Mitglieder. So, was auch ziemlich schön ist, muss ich sagen. Also, ist geil. Haben ja Mew gekriegt, haben, ähm, nichts bekommen. Galaxo, Kangama, Pampyro, Lapras. So, und ich wollte gerne nochmal schauen, wie viel man Strange braucht. Zehn Stück dann von denen. Warte mal, ich probiere mal eben aus. Können wir die wieder machen? Ne, können wir nicht, ne, war klar, okay. Ähm, dann gucken wir nochmal hier Challenges, ob ich die Elite vorher jetzt nochmal machen kann, aber ich glaube nicht. Ne, habe ich nämlich schon gemacht, gestern Abend und das wird erst, ja, später, heute Mittag. Wir haben es heute schon mittags, aber später wird das erst, ähm, gemacht. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt doch einmal ein wenig weiter. Ich werde offscreen natürlich noch ein bisschen die anderen Pokis leveln, ähm, von wegen hier Relaxo und sowas, das werde ich alles tun. Ja, ich war jetzt eigentlich, oder ich bin jetzt dabei, ähm, Loreblood zu entwickeln, zum Megania. Also ich denke mal, dass heute Dingens gemacht wird, ähm, ähm, dass heute wieder Lorelei frei ist und dann werde ich mir da die Blattsteine holen, die fehlen. Und dann haben wir Ditter eigentlich auch fertig. Ja gut, wir machen jetzt weiter mal mit den Quests, würde ich sagen. Also wir haben ja jetzt, also wir können so viel Scheiße machen jetzt. Wir haben so viel Zeugs einfach. So, Enter ist dort oben wieder. Wir kommen langsam etwas weiter, wo wir Zwickun fangen können. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen weiter, ähm, ja, wir werden jetzt erstmal ein paar Pokis fangen und zeigen, gucken mal, was, was, ähm, Mew so drauf hat. Ach, was ich noch vergessen habe. Muss ich auf jeden Fall auch noch tun. Und zwar, äh, ich werde jetzt erstmal hier ein paar, drei Pokis fangen. Müsste ja, glaube ich, sofort drin sein, oder? Hätte ja sein können. Uh, dann halt nicht. Super, weil müsste es schon gehen. So, Catch, fertig. Ich meine, zur Not können wir die auch wieder wegpacken. Also, wegschmeißen, fertig. Ähm, ich wäre verstehe. Ich stärke meinen Mew nochmal eben schnell. Und zwar hier mit dem. How to get. Ähm, ich möchte gerne meinem, ähm, meinem Mew dieses Item hier geben. Wieso kann ich ihm das nicht geben? Zur Verstärkung. Ah, ah, das hier. So. Einmal zur Verstärkung. Will hier jemand kämpfen? Der ist ein Level 10er, ne? So, die, 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 das Löffelchen, ich sag einfach mal jetzt Löffelchen, ähm, gibt uns, glaube ich, 20% mehr, ähm, Schaden auf Psycho, äh, Psycho-Attacken. Und da wir ja Psycho-Chinese erlernt haben, ist es für uns eigentlich relativ geil, diesen erhöhten Burst zu haben. So, weiter geht's. Und da wir ja schon auf 37 sind, ähm, mit unserem Mew, weil ich das ja hochgeburstet hab in der letzten Folge. Das ist schon relativ nice. So, haben wir das auch fertig. Den Damage werden wir uns später anschauen. Ich denke mal jetzt gleich, wenn wir hiermit, äh, fertig alles haben. Oh, congratulations. Was haben wir gemacht? Number of all Pokemon Court, number of Scanner Use. Okay. Ach genau, wo die gerade jetzt Scanner sagen. Wo die das gerade sagen. Main. Ach so. Ne, einmal den Achievement. Und, so, und jetzt wollen wir einmal wieder zurück. Zurück, zurück. So, haben wir geschafft hier. Go back to Route 9, machen wir. Wir wollen ja da ein bisschen weitermachen. Wir haben jetzt so viele Orga gemacht, also so viele Orga, wenn man jetzt so nennen möchte. Und, ja, da machen wir jetzt einfach mal hier weiter. Wir wollen ja ein bisschen auch vorankommen, ne? Da bin ich mal gespannt hier. Ein paar neue Trainers. Ah, Route 9 war mal, glaube ich, unorganisch, oder? Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Ne, ich glaube nicht, oder? Ne. Ne, Challenge und Route 9. Ja, genau. Nehmen wir auch. Hit mal auf, der. Oh, Gronstein Shard. Gut. Ja, dann gibt es wieder hier ein paar Trainers. Und dann können wir jetzt mal sehen, wie unsere Pokeys hier den Einsatz haben. Oh, Megapunch und sowas haben wir alles gelernt. Schauen wir mal. Ja, das... Ich glaube, da reicht doch ein Megapunch, oder? Ja. Krass, ey. Mew geht ab. Und gut, wir sind auch noch 10 Level höher. Ich sag mal, mit einer Psychokinese hätten wir jetzt gewonnen. Also hätten wir jetzt sofort den Kaputtgao bekommen. Locker. So, weiter geht's. Challenge, den nächsten hier. Challenge, challenge, challenge. Do-do. Das blöde ist halt nur, dass Psychokinese nur... ...10 Mal eingesetzt werden kann. Was halt echt ärgerlich ist. So, Psychokinese. Müsste auch Hornet sein, oder? Ja. Oh, ein Snowbellicat. Was aber auch sofort down ist. Also Mew geht ab. Mew geht schon ab. Dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip. Nächster Trainer. Awesome, awesome. Weiter geht's. Sandern. Machen wir mit einem Megapunch down? Doch nicht. Gut, dann setzen wir einen Fund einfach ein. Gibt's einfach einen Fund ins Gesicht. Komm, der müsste aber mit einem Megapunch down sein. Aber wir treffen ja nicht. Alles klar, komm. Tschüss. Tücki-Tück. Megapunch. Geht doch. Und dann nehmen wir nochmal eine Psychokinese. Weil mit einem Megapunch will ich hier nicht reichen. Sehr gut, sehr gut. So, drei Sterne wieder hier verdient. So, Challenge. Sand Trainers auf Route. 18 Stück sind hier. Alles klar. Einfach beim dritten, glaube ich. Dann hauen wir die einfach mal weg, würde ich sagen. Mit einem Megapunch. Sag mal, das reicht ja, ne? Gar nicht ganz. Oh. Hast du dir jetzt gerade die... die schritzt? Dann nehmen wir halt einen Fund. Oh, Beaver. Da kommt ein Ding ins. Eine Psychokinese. Und den versuchen wir mal mit einem normalen Megapunch. Aber es geht daneben. Ja gut, hat ja auch nur eine... Ich sag mal so, ne... 85-prozentige oder 80-prozentige Chance. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. So, weiter geht's. Delaney. Delaney. So, Sackhorn. Da kann man einfach mal normalen Punch benutzen. Da müsste eigentlich... Ja, das geht doch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal direkt. So, dann nehmen wir den nächsten. Den Led Harris. Led Harris. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Megapunch. Oh, ich bin sogar... Jetzt vergiftet. Das ist nicht gut. Nicht gut. Okay, da ist es weniger. Den, 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 den... Den... Bam, bam. Und nochmal Megapunch. Und wir verlieren auch die ganze Zeit Leben. Ja, ist ja klar wegen... Boisen. Oh, 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 oh. Oh nein, wir sind all tot mit Mew Crank Cranker Shit Gut, mach mal fest hier, so Das dürfen wir ja auch mal, ne? Das dürfen wir ja auch mal Aber da sind wir wieder am Start, hier Mega Punch, bam Die Frage ist, wann? Wann kommen wir zum nächsten Orden? Okay, wir haben ja als erstes Letztens den Orden gehabt Oder waren bei einem Orden Aber jetzt haut der Mega Punch rein, wa? Jetzt haut der rein Cranker Shit Ja, es geht immer noch weiter Hier sind aber ganz schön viele Trainer Ganz schön viele Und wir sind total under, äh, overleveled, meine ich Underleveled sind wir ja nicht So, Mega Punch Bouts So, oh, oh, oh Mist, wir misten Okay, dann nehmen wir einen Fund Einen Fund hier auch mal Komm, mal gucken, wie viel Fund abzieht Ja, gut Hätte ja klappen können, ne? Was? Ach, wir sind confused gewesen Ja, es gibt das nicht Dann gib mir mal einen Mega Punch zurück So Wollte schon sagen, hier doch Zack Kaputt Und wir sind Level abgekommen Wey Geil Level 38 sind wir jetzt schon Level 38 Oh, ein Wieser Sam Und die Level gehen höher Sie sind jetzt schon Level 30 Level 30 Level 30 Und dann nehmen wir hier ne Psychogenäle So, nächster Trainer Ist der Pokémania Jeremy Der Jeremy Setzt Diktry wieder ein Diktry plus 2 Gut, wir haben unser noch nicht plus 2 Hier Da müssen wir wahrscheinlich jetzt Das nächste Mal machen Das wird dann auf jeden Fall Sehr, sehr viel Energie kosten So, Bounce So Oh, wir haben es geschafft Wir haben alle 10 Trainer besiegt So, Help, Can, Good Run, Catch, 2 Pokémon, Any, Type, Blablabla Ach, wir haben nämlich noch gar nicht geguckt Was es hier alles gibt Mogelbaum Und Magneton Von 20 Uhr bis 22 Uhr Ist schon vorbei Nidoran schalten Ah, okay Dann fangen wir einfach mal hier irgendwas Mal gucken, wie wir da so kriegen Mal gucken, wie wir da so kriegen Oh, ein Nidorino sogar Da können wir aber Mega Punch Obwohl ich sie schon habe Ich hab sie eigentlich schon Nehmen wir halt das nächste Lady Bar Haben wir zwar auch schon, aber Alter, da steht bei nem Fund Okay Alles klar Wissen wir Bescheid Mogelbaum Wow, cool Probieren wir mal aus Oh, nice Da können wir locker nochmal ein Fund reinballern So, und nochmal So, Back, Pokéball, Superball Eins, zwei, drei Dann nehmen wir einfach mal ein Hyperball Kack, kack drauf Zwei, drei What? Alles klar Boah, krass Hat er den weggefetzt Go, Ente Ente, Ente So, Superball Gib uns das Mogelbaum Geht doch Catch Bapapam 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 Fertig Fertig mit der Quest Break to Pokémon To Blue Oh ja, da haben wir halt jetzt Jetzt haben wir halt, Leute Zwei Pokés auf Plus zwei machen Gut, da habe ich schon eine Idee Da mache ich Ente und Mew hoch So, Break Das wird Hardcore werden So Das haben wir Mozi Great Great again Great again Danke So, die Frage ist, was ist mit Ente Der braucht auch Nidoran Also können wir den nochmal machen Oh, jetzt kriege ich den nicht hier Hör mal So, der braucht auch noch Nebulak Guckt euch mal an, wie viel das wegbringt Einfach nur, ey, das ist hart Für die Sword So, Pikachu Da brauche ich vier Stück von Great Eins Zwei Drei Vier So, jetzt haben wir den schon mal Compound Jetzt kommt der Davon brauchen wir nur noch drei Ja, zwei Eins Okay Okay Compound Den haben wir auch jetzt Nobilicate Oh, ey, nur noch Das ist sehr gut Sehr gut Compound So Und Break So, jetzt haben wir den auf Plus zwei Bei Ente jetzt dasselbe Spiel Dann kommen wir jetzt nochmal hier in A-Bock So, zack Raid again Raid again Raid again Raid again Sieht schlecht aus Ich glaub viermal war es, was uns fehlte, ne Ja Also, noch einmal Zack Raid Raid Okay Es wird hart werden So, Compound Dann kommt er Oh, oh, oh Da können wir einmal einen Zehner reinhauen Ei, ei, ei Oh, und wir sind Level 39 gekommen Sehr gut So, wie viel haben wir jetzt davon? Sieben Also fehlen noch drei Zwei Eins Wir haben alle So, Compound Und Glutexo Oh Jetzt wird's schwierig Zwei Jetzt haben wir vier, fünf Sechs Sieben Also fehlen noch drei Drei Stück noch Zwei Eins Jawohl Jetzt haben wir es Zack Break So, jetzt haben wir die beiden auf plus zwei Sehr, sehr geil So, damit haben wir die Quests auch erledigt Und damit würde ich sagen, meine Lieben Freunde War es das für diese Folge Hey Monster, wenn euch die Folge gefallen hat Dann, äh, ja Schreibt mir einfach Ach, nein Gib mir einfach ein Like Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute Tschüss